Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die Strategie zur Berechnung der Ableitung einer Funktion an einer Stelle kennen und mit dem Begriff Ableitungsfunktion vertraut sein. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir gemeinsam die Ableitungsfunktion der Funktion f mit f von x ist x² ermitteln. Dafür stellen wir uns zunächst die folgende Frage, welche Steigung hat f von x ist x² an der Stelle x0? Wir können nun einen mittlerweile bewährten Weg gehen und zwar zunächst die Steigung der Sekante durch die Punkte A und B berechnen, wobei A die Koordinaten x0 und f von x0 hat und B die Koordinaten x0 plus h und f von x0 plus h mit einem h ungleich 0. Die Steigung dieser Sekante ist dann durch diesen Differenzenquotienten hier gegeben und der erste Arbeitsauftrag lautet nun, diesen Differenzenquotienten so weit wie möglich zu vereinfachen. In der Grafik habe ich dafür noch einen kleinen Tipp hinterlassen, der dir im ersten Schritt davon helfen soll. Nun pausiere kurz das Video, vereinfache es so weit wie möglich und wir vergleichen dann die Ergebnisse. Also gut, in der Grafik kann man nun erkennen, dass diese Differenz hier, also f von x0 plus h minus f von x0 in diesem Fall gegeben ist durch x0 plus h in Klammer zum Quadrat minus x0 zum Quadrat. Man kann natürlich auch hier einfach die beiden Ausdrücke in die Funktionsgleichung einsetzen, dann erhält man genau das Gleiche. Nun wollen wir das noch weiter vereinfachen, also zunächst einmal diesen Ausdruck hier ausquadrieren, dann stellen wir fest, x0 zum Quadrat fällt weg und nun können wir noch h herausheben und kürzen. Das bedeutet, wir erhalten für die Steigung der Sekante durch die Punkte a und b den Ausdruck zweimal x0 plus h. Kommen wir nun zum nächsten Arbeitsauftrag und zwar ermittle die Steigung der Tangente an der Stelle x0. Nimm dir dafür noch einmal kurz Zeit, pausiere dazwischen das Video und wir vergleichen dann die Ergebnisse. Die Steigung der Tangente an der Stelle x0, also f' von x0 ist dann ja genau der Grenzwert für h gegen 0 von zweimal x0 plus h und das ist ja genau einfach zweimal x0. Das bedeutet, wir erhalten f' von x0 ist zweimal x0. Kommen wir nun noch zum letzten Arbeitsauftrag und zwar stelle eine Funktionsgleichung der Ableitungsfunktion auf. Nimm dir dafür auch noch einmal kurz Zeit, pausiere dazwischen das Video und wir vergleichen auch hiervon dann noch die Ergebnisse. Wie kann man nun eine Funktionsgleichung der Ableitungsfunktion aufstellen? Naja, wir wollen nun jedem x das entsprechende f' von x zuordnen, also jedem x die entsprechende Ableitung zuordnen. Da oben haben wir herausgefunden, dass an irgendeiner beliebigen Stelle x0 die Ableitung einfach zweimal x0 ist. Das bedeutet, wir wissen, wie so eine Vorschrift aussehen muss und können nun festhalten, die Ableitung der quadratischen Funktion f mit f von x ist x² ist also einfach f' von x ist zweimal x. Zum Abschluss noch eine interessante Bemerkung und zwar das Vorzeichen von f' hängt mit dem Monotonieverhalten von f zusammen. Mehr dazu gibt es am Arbeitsblatt Kurvenuntersuchungen 1 und im dazugehörigen Videolernzyklus.